...über dreimal zwei Minuten. Der Elite 63,5 Kilogramm, das ist das Wettbewerb-Gewicht. Und das Boxen, aus der roten Ecke, Anfahrt Jusufow, Team Blaikölle. Und aus der grauen Ecke kommen die Piazz, den Wetter-Botsklub. Denk an eure Masken. Ring frei, Runde 1. 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 Die Stadion, die Stadion, die Stadion, die Stadion! Die Stadion, die Stadion! Die Stadion, die Stadion, die Stadion! 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 Die Stadion, 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 die Stadion, die Stadion, die Stadion! 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 Die sind nicht mehr ab, sondern nicht mehr hoch heute. Ach so, der wird auch noch mal kurz. Ich komme. Die sind nicht mehr ab, sondern nicht mehr ab. Die sind nicht mehr ab, sondern nicht mehr ab. Die sind nicht mehr ab, sondern nicht mehr ab. Die sind nicht mehr ab, sondern nicht mehr ab. Und das Urteil, Sieger nach Punkten, der Kämpfer aus der Roten Ecke. Die sind nicht mehr ab, sondern nicht mehr ab. Die sind nicht mehr ab, sondern nicht mehr ab. Die sind nicht mehr ab, sondern nicht mehr ab.